Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum European International Cup in meiner Zuteilzone ich habe Limerick im Pokal oder im Vorbereitungspokal und ich habe mir Sinan Kurt von Bayern München ausgegeben und habe mir jetzt auch noch ein paar andere geholt bzw. in der Vorbereitung dabei sie zurückzuholen und ja also ich muss schon sagen schon ziemlich was ich bin ich einer Mannschaft die fast Karakterinnen und Spieler hat die ein wenig vorzubereiten auf die Liga ich meine ich bin nicht noch nie voll aber es ist nicht so gut ist es? Nein es hat es nicht ich habe es ein sehr guter Scenario in diesem Jahr Sie können all über den ganzen Welt gehen für diese Pre-Season Tournament und spielen gegen Sides die man nicht normall oder man nicht hätte in meiner Zeit also muss man sich auf die unterschiedlichen Stylen hier ist er, der neue Boss und eine Chance zu geben, dass die Job ein guter Weg zu starten Ja, fast hier ist er reingegangen, ich denke sie sind fast schon reingekommen. Wow, fast. Was war das jetzt? Ah, gut. Freistoß. Ah, verdammt. Dreh er den Bauch. Und jetzt. Ja. Nichts feminierenge. Den, dentes Lauf. Kleistung. Kehhh! Hier ist der Ball in. Hier ist Wilson. McGauer. Und es ist Wilson. Das ist ein Schuss. Und er wird eine freie Kicke für das. knapp drüber ja 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 verwandt also muss auch meine wirtschaft mehr und bessere chancen als die gegner und das Einzune des Sinans holt schönes Tor, schönes Tor vielleicht können wir uns mal angucken, ich hab kurz erfaschen oder was? schön abgelaufen, ja kurzes Eck oben links rein so macht man das ja so das war jetzt die erste Halbzeit und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt abonniert mich doch gerne und klickt gerne auf gefällt mir und ja gebt mir doch ein paar Ratschläge was ich noch besser machen kann beziehungsweise welche Spiele ich noch holen kann und wir sehen uns dann nächstes Mal an der Schüchschu 18 dann 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 dann